Hallo liebe Brettspie-Freunde und herzlich willkommen zum neuen Format. It's Tea Time. Das steht zum einen wortwörtlich für das Tee, weil ich wollte dieses Format eigentlich mit meinem Kumpel Stefan machen. Der leitet einen kleinen Teeladen und wir wollen eigentlich uns gemütlich zusammensetzen, ein Teechen trinken und über aktuelle Themen reden, über irgendetwas, das uns aufregt, was uns emotional irgendwie mitnimmt, von zwei Perspektiven begutachten. Und zum anderen das Tee für, habt ihr auch im Thumbnail gesehen, Time to Talk, also das Reden, während wir einen Tee trinken. Und in dieser Folge, die wir, wie gesagt, ihr seht es ja nicht zu zweit aufnehmen, aber die Zeit läuft uns ein bisschen weg und wir haben es wirklich versucht, aber es ist einiges dazwischen gekommen und jetzt dachte ich, okay, bevor ich es gar nicht mache, mache ich es eben alleine. Und das Thema ist die diesjährige Spiel in Essen und warum sie nichts für Kleine ist. Und mit den Kleinen sind natürlich keine Kinder gemeint, sondern kleine Kanäle auf verschiedensten Plattformen. Ich habe mich jedes Jahr für Pressetickets beworben, habe dieses Jahr keine bekommen. Aber damit ihr so einen groben Ablauf habt, ich gehe erst mal so ins rein fachliche rein, was ist überhaupt passiert? Und dann werfe ich noch so ein paar Fragen auf und ein paar Denkanstöße. Und da können wir auch gerne in den Kommentaren drüber diskutieren. Also es fing damit an, ich habe eine E-Mail gekriegt und da heißt es, mein Kanal entspricht nicht den Richtlinien. Natürlich sehr globale Aussage, aber es gibt irgendwie schon ein bisschen zu fragen über so was. Was sind das denn für Richtlinien? So, wortwörtlich heißt es dann noch im Anschluss, vielen Dank für dein Interesse. Da wir nur ein begrenztes Kontingent an Pressetickets haben, müssen wir auf diverse Regeln achten, darunter auch die Reichweite. Hier deine Vorgangsnummer für Rückfragen. Und ich dachte Rückfragen, Vorgangsnummer, alles klar, ich habe Rückfragen. Erstmal nur eine. Habe ich direkt geschrieben, dass ich ein bisschen verwundert bin, weil ich seit 2018 mit Presseausweisen immer auf der Messe war und mich einfach mal interessieren würde, wie hoch muss denn die Reichweite sein? Weil wenn ich alle meine vier Plattformen addiere und ich weiß, natürlich gibt es ja Überschreitungen, komme ich immerhin auf knapp über 9000. Ich weiß, dass ich damit absolut nicht zu den Großen zähle. Aber ich finde, das ist eine Rückfrage wert, wenn man mir sagt, dein Kanal ist zu klein. Okay, kann ich akzeptieren, aber wie viel ist denn zu klein? Wie viel muss man denn haben, um groß genug zu sein? Das finde ich ja eine berechtigte Frage. So, da habe ich aber keine Antwort drauf gekriegt. Wundert mich auch wenig. Aber ich habe mich locker gelassen, ich habe noch ein paar mehr Fragen rübergehauen. Dachte mir, hey, ihr bietet mir doch an, wenn ich Rückfragen habe, können wir darüber diskutieren. Ich möchte mit euch den Dialog starten. Ich will auch hier so ein Video zu aufnehmen. Ich will natürlich auch die Messe zu Wort kommen lassen. Ich will hören, was sie sagen. Vielleicht haben sie auch gute Gründe, die ich einfach nur nicht in dem Moment verstehe. Deswegen auch schade, dass Stefan nicht dabei ist. Vielleicht hätte er da nochmal eine andere Sichtweise drauf geworfen. Aber das kannst auch du gerne machen, wenn du sagst, ey, Löw, zähl doch mal eins zu eins zusammen. Vielleicht bin ich da auch gerade blind. Vorweg nochmal. Wir wissen, die Messe wurde jetzt an die Nürnberger Spielwarenmesse verkauft. Und ja, ihr wisst ja, wie das ist. So, ne, wohnst du irgendwo in einem Haus, so Miete, in der Wohnung. Und das wird das ganze Haus verkauft, hat ein neuer Eigentümer. Erhöht ja auch erstmal die Mieten. Und irgendwie kommt das hier auch so ein bisschen vor. So, neuer Eigentümer, neue Spielregeln. So ein bisschen wirkt das. Jedenfalls fragte ich mich, was sind das für Regeln? Ihr sagt, es müssen diverse Regeln beachtet werden. Und ich meinte mir so, ja, aber, also dann nenn mir doch mal so zwei, drei Regeln. Und ich weiß, wovon reden wir überhaupt. Denn ich mache seit Jahren Content für die Messe. Das war früher übrigens immer die Regel. Und die fand ich auch sehr einleuchtend. Da hieß das immer, willst du Pressetickets? Mach in irgendeiner Form Content für die Messe. Und da dachte ich, ja, das ergibt schon Sinn. Ich mache jedes Jahr Content für die Messe in irgendeiner Form. Und ich finde, das ist ein Geben und ein Nehmen. Zumindest in der Form, dass wir Content Creator ja auch in irgendeiner Form Werbung für die Messe machen. Oder Werbung für die Verlage, die auf dieser Messe sind. Geben und Nehmen. Damit würde ich es erstmal abschließen, diesen kleinen Punkt. Aber das Nächste, was mir zu denken gegeben hat, ist die Aussage, da wir nur ein begrenztes Kontingent haben. Und ich denke mir so, hä? Hä? Begrenztes Kontingent von elektronischen Pressetickets? Also E-Mails? Verstehe ich nicht. Also ihr seid doch Veranstalter. Ihr könnt doch selber das Kontingent festlegen. Wir haben hier elektronische Tickets, da muss doch theoretisch unendlich viele von herstellen können. So nur ein Knopfdruck. Also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen seltsam. Ich wollte auch gerne wissen, wie groß das Kontingent ist. Also habe ich einfach mal nachgefragt. Ihr habt gesagt, bei Rückfragen stellen sie mir. Ich habe gefragt, wie groß ist das Kontingent? Die nächste Frage, die ich aufgestellt habe, ist, was ist mit Nischenkanälen? Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Frage, weil, und das ist der Anstoß, warum ich überhaupt angefangen habe, über das ganze Thema genauer nachzudenken, auch über die Ablehnung. Und weil ich habe mit anderen Kanälen gesprochen, mit anderen kleineren Kanälen, Nischenkanälen, beziehungsweise ich bin auch schon vorher darauf aufmerksam geworden, dass die ebenfalls gepostet haben. Wir verstehen das auch nicht. Aus irgendwelchen Gründen kriegen wir dieses Jahr keine Presse-Ticket. So, das lese ich von dem ersten Kanal. Ich lese es von dem zweiten Kanal. Und ich denke mir so, ja, das ist doch kein Zufall. So, dann spreche ich noch mit drei anderen Befreundeten, etwas kleineren Kanälen. Und die sagen alle auch so, ja, wir sind auch leer ausgegangen. Dann denke ich mir, okay, da hat sich irgendwas scheinbar wirklich geändert. Und das finde ich jetzt schade, weil gerade diese Nischenkanäle finde ich durchaus wichtig. Ist man jetzt so hauptfokussiert auf dem Bereich vielleicht Wargames, Kartenduellgames, asiatische Spiele oder wie es auch bei mir jetzt ist, so überwiegend Kickstarter. Wir haben sehr viel Kickstarter auf diesem Kanal. Das ist natürlich alles irgendwo ein bisschen nischig. Das hat eine spezielle Sparte. Und damit kriegt man in der Regel auch keine zigtausenden Abonnenten. Damit tut man sich immer ein bisschen schwer. Aber man hat doch trotzdem Leute, die das interessiert. Und das sind auch Leute, die zur Messe gehen. Und auch die Verlage, die diese Nischenspiele bedienen, sind auf dieser Messe vertreten. Und jetzt frage ich mich, ist das der Messe vollkommen egal? Sagen die, hey, ja und, uns interessieren die Großen. Und jetzt kannst du natürlich berechtigterweise die Frage im Raum stellen, sag mal, Löw, kauf dir doch einfach eine Karte. Also, wo ist das Problem? Kauf dir eine Karte, geh zur Messe, wie jeder andere auch. Und da will ich nochmal sagen, dieses umsonst zur Messe kommen, ist echt nicht der Faktor, um den es mir hier geht. Es gibt auch noch zwei, drei andere Vorteile, die man mit so einem Presseticket hat. Ich komme nicht früher auch in die Messe rein. Auch das ist ein Trugschloss. Ich muss mich genauso anstellen wie alle anderen auch. Aber man kommt auf den Mittwoch zu dem Presse-Event. Das ist unten im Keller. Da sind zig Verlage aufgebaut. Die haben da alle ein, zwei, drei kleine Tische. Haben da ihre Neuheiten und auch ihre zukünftigen Neuheiten, Prototypen. Da kann man schön hingehen und ganz in Ruhe mit denen sprechen. Da wird ja nichts verkauft. Da will man auch nichts großartig spielen. Aber man kann da gute Kontakte knüpfen. Und ich habe da auch schon einige gute Kontakte geknüpft. Weil ich gucke mir die Spiele an, denke mir, das sieht cool aus. Ich lasse mir das irgendwie erklären. Denke mir, ja, das könnte was für mich sein. Dann frage ich, wie sieht das aus? Wann kommt das denn auf Kickstarter? Habt ihr Prototypen schon davon? Lass mal Kontakte austauschen. Und dann komme ich nachher auch irgendwie dazu, Spiele für euch auf meinem Kanal vorzustellen. Kickstarter-Previews zu machen, weil ich dort die Kontakte geknüpft habe. Der zweite Vorteil ist, dass man, zumindest bilde ich mir das ein, ein bisschen andere Wahrnehmung hat. Wenn ich auf der Messe, während der Messe mit den Verlagen spreche und man hat einen Presseausweis, wird man, glaube ich, schon ein kleines bisschen anders wahrgenommen, als wenn man ohnehin kommt. Mag ein Trugschluss sein, aber irgendwie fühlt sich das doch ein bisschen anders an. Außerdem habe ich noch gefragt, welche Form der Berichterstattung ist denn euch wichtig? Wie sollen die Formate, die Videos aussehen und auf welchen Kanälen sollen die laufen? Weil ich mir auch wieder hier denke, geht es euch um die Triple-A-Verlage? Hauptsächlich geht es euch darum, möglichst viele Abonnenten abzudecken. Also, dass die Berichterstattung auf den großen Kanälen ist, weil den Eindruck habe ich jetzt irgendwie gewonnen. Wenn ihr diverse, kleineren Kanäle ausladet, fühlt sich das so ein bisschen an wie, Ja, danke, dass du was für uns machst, aber du ganz ehrlich, die paar hundert oder ein, zwei tausend, die das sehen, komm, interessiert uns nicht. Aber danke, dass du es machst. So ein bisschen fühlt sich das an. Und ich denke, weiß ich auch nicht. Nicht so schön. Hat mich auch ordentlich in der Motivation gekränkt, muss ich sagen. Habe ich auch in meinem ersten Top-Video gesagt, dass das einer der Gründe ist, weswegen ich echt am überlegen war, ob ich dieses Jahr überhaupt ein Format mache. Weil ich mache das natürlich nicht nur für die Messe, aber irgendwie hat sich das einfach nicht gut angefühlt. Das war sehr demotivierend. Aber dann dachte ich mir, nee, nee, komm, beschäftige dich doch trotzdem damit. Ich habe ja Lust, mich mit den neuen Titeln zu beschäftigen. Wenn ich dann eh schon einen Großteil der Arbeit da reingesteckt habe, dann kann ich das auch noch mal kurz aufnehmen, zusammenschneiden und posten. Selbst wenn das keine 10.000, 20.000 Leute sehen. Ein paar darüber freuen sich. Das reicht mir schon. Mir macht das ja auch irgendwie Spaß, diese Videos zu erstellen. Ich habe alles, was ich auf den Zettel geschrieben habe, schon gesagt. Von daher würde mich interessieren, was du davon denkst. Schreib das noch mal gerne hier in die Kommentare unter dem YouTube-Video, dass wir da vielleicht noch mal drüber diskutieren können oder dass ihr auch untereinander mal eure Meinung kundtun könnt. Macht es Sinn? Ist das vielleicht rein wirtschaftlich gesehen sinnvoll von der Messe, was sie macht? Oder sagt man, hey, 10, 20, lass es 100 Pressetickets mehr sein. Machen die wirklich jetzt den finanziellen Unterschied gesehen auf das komplette Projekt? Und nimmt man vielleicht sogar den kleinen Kanälen ein bisschen Wachstumschanze, wenn man die hier von abschneidet, sollte man die mit ins Boot holen oder nicht? Apropos Boot holen, ich habe ganz bewusst die anderen Kanäle namentlich jetzt nicht genannt. Aber in dem Boot, in dem ich jetzt sitze, da will ich nicht unbedingt jemand anderen mit reinsetzen. Kann sein, dass die, wenn es die Messe überhaupt sieht, ich glaube, es kommt jetzt hier ein paar Tage vor Messe raus, die werden eine gefühlt eine 80-100-Stunden-Woche haben und mehr als genug zu tun haben, die werden es wahrscheinlich gar nicht mitkriegen. Aber falls, kann natürlich sein, dass die sagen, ey, ganz uncool, du kriegst nie wieder eine Karte, du kommst auf die Blacklist. Und in dem Zusammenhang wollte ich da nicht, dass da irgendjemand noch mit reingezogen wird. Das ist hier komplett meine persönliche Ansicht. Und ich glaube, damit beende ich dieses erste Talk-Format-Video. Auch das wird mich übrigens noch interessieren. Würdest du gerne mehr davon sehen? Findest du das interessant, mal so verschiedene Themen aufzuarbeiten? Oder interessiert das eigentlich niemanden? Und ich mache das hier nur für mich ein bisschen Eigentherapie. So, jetzt komm, ich trinke meinen Tee leer, wünsche euch noch einen schönen Tag und auf jeden Fall auch eine wundervolle Messe. Wenn ihr noch ein paar Anregungen braucht, guckt in die Top 33 plus 2 ist das inzwischen. Da habt ihr noch ein paar Spiele, die ihr euch angucken könnt. Geht hin, seht euch verschiedene Spiele an, gebt vor allen Dingen den kleinen Verlagen noch eine Chance. Auch das will ich noch mal ganz kurz am Ende hier erwähnen. Denn da gibt es auch ein paar wirklich schöne Perlen, an die man hier gar nicht so leicht kommt. Die kriegt man teilweise gar nicht hier in den Flagstops, also in den Shops kriegt man sie nicht. Aber man kann sie auch teilweise so gut wie gar nicht im Internet beziehen oder muss sie für sehr, sehr viel Geld, Portogeld, Versandkosten bestellen. Und da hat man auf der Messe die Chance. Also gebt denen auch bitte mal eine Chance. Geht da mal hin, nehmt euch mal ein, zwei Stunden Zeit und guckt euch die kleinen Verlage an. Und damit ist das Video jetzt wirklich, wirklich beendet. Viel Spaß auf der Messe und beim Spielen. Euer Löw. Ich weiß nicht, was ja nicht so gut ist. Bis zum nächsten Mal.